Fertig! Pugnate! Treffen so! Was hast du denn da hängen? Fertig! Alles gut? Ja! Treffen so! Du bist immer... Du bist immer... Du bist immer... Du bist immer gut. Rein und raus! Scheiße! Normalerweise würden wir ja nicht... Normalerweise würden wir nicht stoppen, wenn du rankommst. Also 1-0. Pugnate! Das sind die Nervi noch nicht, bitte. Hörst du den Nervi noch nicht, bitte? Pugnate! 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 Ja, der Dreizack war schon drin, ich hab ihn nicht gefunden. Zwei beide, ne? Ja. Na dann. Denk dran, Exi hat einen Bauchvorteil, Carsten. Das ist ein gutes Thema. Fugnate! Der ist eigentlich auf die blöde Idee gekommen für den Schaden. Ich hab keine Ahnung. Lena, Lena, bleiben bitte. Und weiter los. Auf so viel Platz nutzt die. Los, sag ich sie. Los, ein bisschen Jubel! Action, los, kämpfen! Es hängt Kaffeekaffe hier. Ja, startet! Schöne Technik! Geil! Das hab ich nie gesehen. Noch nie gesehen. Den gibt's da mal wieder her. 3, 2. Haben die uns verbaut? Ja. Sehr geil. Da hat er aber drauf gewartet garantiert. Ja, ja. Hat er schon die erste Leitung gewartet. Alles okay? Ja. Gut. 3, 2. Fertig. Fertig. Gleich vorbei. Die Frage ist für wen? Pugnate! Ja! Wie war Goethe? Ja, war Goethe. Ja, war Goethe. Entschuldigung, weiter geht's. Ich hab getroffen. Bei mir auf dem Bauch. Ja, gleich starte! Dann ist es 4, 2. 4, 2. 4, 2, Woll per Gullus. Und noch einer zum Sieg. Ja, stimmt. Ja, Goethe. Anstrengend. Pugnate! Gutes Wort! Osos! Los, komm! 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 Starte! Was ist das? Bein? Der war in deinem Bein. Jetzt ist es dann abkommt. Das hat gedauert. Warte! 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 Was machst du ganz genauso? Von wem hat er das jetzt so? Alter! 4-3! Pugnate! 2-3! Nein! Manigab! Nix war Helm! Einfach weiter! Wissen! 1-3! Pugnate! Pugnate! Es wird nicht leichter! Häufig hat ihn Ball habían ... ein schöner finaler treffer 5-3 Wulfekolus Wulfekolus Victor